hallo und herzlich willkommen zu unserer serie über die trading psychologie im letzten video haben wir uns mit system 1 dem schnellen intuitiven denken beschäftigt heute tauchen wir tiefer in das gegenteil davon ein system 2 das langsame überlegte denken im trading ist system 2 unerlässlich um rationale entscheidungen zu treffen und die emotionen aus dem entscheidungsprozess herauszuhalten doch warum fällt es uns so schwer system 2 zu aktivieren und wie können wir es in stressigen marktsituationen besser nutzen genau das werden wir heute klären aber bevor es losgeht wollen wir uns wie immer besinnen und uns verpflichten verantwortungsvoll an den märkten zu agieren xtb bietet unter anderem cfds an und cfds kann man wie viele andere investmentvehikel wie optionsscheine oder zertifikate mit einem hebel nutzen wenn wir auf der richtigen seite des marktes sind freuen wir uns über unsere gehebelten gewinnen wir wissen aber auch dass wir genauso die verluste mit einkalkulieren müssen eigene recherche und fachliche fortbildung ist ein imperativ und daher auch der hinweis hier dass diese inhalte nur zur fortbildung und weiterbildung gedacht sind und keine anlage oder handlungsempfehlung darstellen xtb ist ein von der bafin regulierter broker und schafft es jedes jahr auf siegertreppchen wenn es um die wahlen des besten safety anbieters in deutschland geht unter anderem ist das weiterbildungsangebot in form von live webinaren und weiterbildungsvideos der garant für den erfolg von xtb und seinen kunden die märkte sind aber nicht immer ideal zum handeln darum bietet xtb zurzeit auch eine verzinsung von 4,2 prozent auf freies kapital an der allseits beliebte dax macht die tore um 8 uhr im vorbörslichen handel auf jedoch plagen sehr hohe spreads zwischen 8 und 9 uhr die trader aber nicht bei xtb überzeugt stets mit dauerhaft niedrigen spreads ohne technologie geht heutzutage nichts mehr darum hat xtb eine sehr gute trading app entwickelt in dieser app kann man nicht nur cfds traden sondern aus einer hand all seine investitionen wie zb aktien die man ohne kosten wie provisionen kaufen kann überwachen und verwalten bei fragen stehen die kollegen im xtb support per chat per e mail oder gern auch per telefon jederzeit bereit und freuen sich über jeden kontakt so lasst uns loslegen was ist system 2 system 2 ist das langsame bewusste und analytische denken es ist das denken dass wir aktiv einsetzen müssen wenn eine situation komplex ist und unsere entscheidungen sorgfältiges überlegen erfordert im gegensatz zu system 1 das automatisch und ohne viel aufwand arbeitet ist system 2 energie aufwendig und erfordert konzentration wenn wir mathematische gleichungen lösen oder eine schwierige entscheidung treffen müssen ist es immer system 2 das zum einsatz kommt im trading bedeutet dass tiefere analysen vorzunehmen komplexe marktdaten zu verstehen und risiken genau abzuwägen bevor man handelt lasst uns das mal ein beispiel an euro us dollar ein bisschen wirklich darstellen ok nehmen wir haben wir planen euro us dollar zu investieren anstatt impulsiv auf die aktuellen marktdaten zu reagieren analysiert system 2 die makro ökonomischen faktoren wie zb die zinspolitik der ezb oder der fed und studieren langfristige trends ich zeige euch das mal anhand des charts hier den euro us dollar kann man über das ganze jahr planen und planen ist hier das stichwort im ein minuten chart sehen wir jetzt ist noch ein bisschen früh ist nicht so viel bewegung aber was passiert im normalen trading unser indikator sagt irgendwas und dann klick kauf oder unser lieblings guru sagt etwas und wir überlegen nicht lange nach und machen klick verkauf das sind so system eins trades wo wir ohne viel nachdenken einfach in den markt gehen und dann sind wir in gottes an sozusagen aber system 2 euro us dollar ein beispiel hier nachdem ich stundenlang oder tagelang oder über wochen und monate die publikationen der zentralbanken studiert habe map ich mir das ganze jahr was hat euro us dollar quartalsweise gemacht da mache ich mir solche linien und markiert die quartals beginne und schon habe ich eine art und weise entwickelt dass mir erlaubt nicht dass mir nicht erlaubt direkt auf kaufen oder verkaufen zu klicken sondern jetzt steige ich erst in die analyse ein und hier mein tipp für q1 bin ich immer ein verkäufer des euro us dollar marktes in q2 bin ich fast immer ein käufer des euro us dollar marktes ok aber damit wir solche sachen erkennen können müssen wir system 2 aktivieren und nicht einfach klick klick klicken ein weiteres beispiel könnte das backtesting eine strategie sein hier setzen wir system 2 ein um historische daten durchzugehen und zu prüfen ob denn unsere strategie oder ob die strategie in der vergangenheit erfolgreich gewesen wäre das haben wir gerade angeschnitten hier gerne selber diesen backtest durchführen dieser analytische prozess und hier stichwort wieder prozess ist zeitaufwendig und anstrengend aber unerlässlich für unseren langfristigen erfolg im trading warum ist system 2 so wichtig system 2 verhindert dass wir uns von kurzfristigen markt bewegungen oder emotionen leiten lassen während system 1 dass wir im letzten video kennengelernt haben uns oft dazu veranlassen den markt zu springen ohne nachzudenken sorgt system 2 dafür dass wir erstmal innehalten und die situation rational analysieren trading ist das sehr wichtig weil wir sind emotionale menschen und emotionale entscheidungen führen fast immer zu verlusten typischer fall ist das over trading wenn der markt volatil ist neigen viele trader dazu ständig neue positionen zu öffnen ohne wirklich eine strategie anzuwenden system 2 hingegen zwingt uns dazu diese impulse zu hinterfragen warum öffne ich diesen trade welche gründe sprechen dafür und welche gründe sprechen dagegen zwei psychologische konzepte sind hierbei sehr sehr wichtig und die werden von kahnemann in seinem buch auch beschrieben die habe ich mal hier raus notiert und zwar loss aversion wir neigen dazu verluste stärker zu gewichten als gewinnen dazu sind wir einfach gewickelt system 1 führt uns oft dazu verlustreiche positionen zu lange zu halten in der hoffnung dass sich der markt erholt system 2 aber zwingt uns dazu die realität zu akzeptieren und die position gegebenenfalls frühzeitig zu schließen und zweite psychologische konzept was hier wichtig ist dass ihr sank kost fallacy bedeutet so viel wie viele trader halten an verlustreichen positionen fest weil sie denken hey jetzt bin ich schon sehr sehr viel viel ich habe schon sehr viel investiert und das dann abzusteigen das dann zu realisieren ist fällt uns sehr sehr schwer system 2 hilft uns hierbei objektiv zu bewerten und rationale entscheidungen zu treffen unabhängig von bereits entstandenen verlusten wir merken ein bisschen system 2 funktioniert immer mit bis mit ein bisschen abstand zu den charts richtig vielleicht müssen wir ein paar takte darüber nachdenken aber egal welches thema wir besprechen im über trading psychologie es ist immer ein punkt da wo wir wirklich die arbeit außerhalb der charts machen müssen das ist auch die message hier und die das bewusstsein dass wir diese arbeit machen müssen beziehungsweise mit diesen schwierigkeiten kämpfen ist wirklich der erste und wichtigste schritt so wie kann wie können wir das system 2 stärken wie können wir das trainieren um es aktiv einsetzen zu können vor allem in stressigen und emotional geladenen marktsituationen hier sind ein paar tipps disziplinierte vorbereitung beziehungsweise vorbereitung bevor wir in den markt eintreten erstellen wir eine klare handelsstrategie wie schreiben die gründe auf für den trade und formulieren klare ein und ausstiegspunkte das ist das zwingt einfach unser system 2 aktiv zu werden ob wir wollen oder nicht sobald wir uns entsetzen blatt papier nehmen und ein paar gedanken aufschreiben sind wir bereit haben wir bereits system 2 aktiviert wir müssen ein bisschen selber überwinden checklisten verwenden auch ein super tipp einfache methode um das langsame denken zu fördern ist das erstellen von checklisten für jeden trade die liste enthalten hey ist der trend noch stabil was sagen die moving averages wurden die risikofaktoren analysiert und schon können wir können wir auch wenn wir wollten nicht mehr impulsiv handeln und ein wichtiger wichtiger sehr wichtiger punkt ist pausen einlegen wenn wir in einer stressigen situation sind beispielsweise nach einem verlust pause einlegen diese pause kann zehn minuten sein diese pause kann ein ganzer tag sein diese pause kann die ganze woche sein das gibt unser system zwei zeit zu aktivieren und verhinderten das hier sehr sehr wichtig dass wir sofort mit emotionen auf diesen großen verlust reagieren dasselbe gilt natürlich auch für auf große gewinnen sobald wir irgendetwas schockartiges erleben an den märkten weg von den märkten weil dann ist unser system 1 voll aktiv über lebensmodus kampfmodus und das ist einfach sehr sehr schädlich für uns zurück von den charts system 2 aktivieren analysieren pause machen eis essen gehen ich weiß nicht vielleicht hat der eine oder andere schon mal sein konto 10 prozent 20 prozent mit einem trade oder an einem tag verlust gemacht ist euch schon mal passiert mir schon was ist der erste impuls ich muss das wieder wettmachen aber ein disziplinierter trader der system 2 nutzt wird innerhalb die situation neu bewerten anstatt impulsiv zu handeln wisst ihr wer so arbeitet warren buffett er ist dafür bekannt für seine ruhige und rationale herangehensweise in jeder krise während alle panisch umher rennen und verkaufen was macht buffett er analysiert die lage gründlich und trifft langfristig orientierte entscheidungen paradebeispiel für die anwendung von system 2 wenn alle verkaufen kauft er wenn es passt wir fassen das mal zusammen system 2 ist entscheidend für langfristigen erfolg im trading ist einfach fakt es zwingt uns rational zu handeln komplexe informationen zu verarbeiten und impulsive entscheidungen zu vermeiden indem wir uns auf dieses langsame denken konzentrieren können wir unsere trading ergebnisse nachhaltig verbessern ganz sicher aber es kommt mit arbeit mit fleiß im nächsten video werden wir die prospect theory von ähm genauer unter die luke nehmen das habe ich mir versprochen sie erklärt warum wir risiken unterschiedlich wahrnehmen und wie unsere verlust aversion unser verhalten im trading beeinflusst bleibt dran es wird auf jeden fall weiterhin spannend vielen dank für eure aufmerksamkeit euer altan bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal